Warte, was muss ich eingeben, um die zu finden? Wie heißt die? Lia Hilton? Ja. Ist das die hier? Ja. Bro, das TikTok hat 760 Millionen Views, bro. Das ist so Bella Porte-Shit. Ich meine, die Frau ist unfassbar hübsch. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Der Song ist crazy. Aber 730 Mio, Bro, ist crazy. Ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich krass. Also das ist ultra random. Das ist so richtig TikTok-Moment. Das ist einfach so richtig random TikTok-Moment. Und jetzt hat jedes Video von der so 30 Millionen Views. Bro. Ja, Bro, also ihr braucht nicht schreiben, dass ihr durchschnittlich ist. Die ist schon überdurchschnittlich attraktiv. Wir wissen alle, dass das das ist so pretty privilege. So hübsche Menschen haben es ein bisschen einfacher. Gerade auf Social Media. Nicht bei allem, aber auf TikTok auf jeden Fall. Und auf Insta. Das stimmt schon. Aber Bro, 720 Mio ist trotzdem crazy, Bro. Holy shit. Aber gut, seid ihr dürft.